Buy Low Sell High In der Theorie hört sich der Erfolg am Kryptomarkt so einfach an. In der Praxis ist dieser Erfolg im Ergebnis, wenn er mal eintrifft, stärker als in jedem anderen Markt, aber auch folglich in der Ausführung schwerer. Wie meine ich das? Naja, nun im Bärenmarkt mache ich ein Video, wie man strukturiert einkaufen sollte und kriege so einen Kommentar. Ich schwärze jetzt mal den Autor, weil meine Absicht nicht ist, ihn runterzureden. Jeder kann seine Meinung haben. Meiner Meinung nach ist das jedoch ein Riesenproblem, also so ein Vorgehen. Vorhaben ohne einen Plan oder ohne eine Struktur enden oft im Chaos. Und Chaos ist, finde ich, eine der schlimmsten Sachen, die einem in jeglichen Abschnitt im Leben passieren können. Ob man nun in der Ernährung Chaos hat, im Training oder auf der Arbeit oder im privaten Leben. Keiner von uns würde Chaos mit Erfolg oder Glück verbinden. Genauso und nicht anders ist es auch beim Investieren. Wenn man einfach mal hier und da einkauft und sich vorne bei fallenden Kursen weiter einzukaufen, kommt man sehr schnell an einen Punkt, an dem man alles viel zu früh investiert und reingepulvert hat. Und zum anderen bin ich mir sicher, es kommt bei vielen die Panik auf. Sich eine Struktur und Preissiele zu setzen, hebelt stückweit die Emotionen aus, weil man sich für einen bestimmten Preis einer Aktion gesetzt hat. Man wartet auf die Preisabfälle, um fröhlich einkaufen zu können. In der anderen Methode hier im Kommentar beschrieben, hat man Zeit in Angst zu verfallen und ist, wie gesagt, oft viel zu früh all in. Nun ist aber nicht nur der Bärenmarkt ein Problem für den Erfolg am Kryptomarkt. Denn wie viele von uns hatten im Portfolio dicke Gewinne auf Papier aber nie realisiert. Eins ist klar, wir steigen nie ins Unermessliche und es können nicht alle gewinnen. Einige wenige haben den Preisanstieg abgebremst und ausgezahlt. Sie wurden oft als Paper Hands betitelt, weil sie Diamanten fallen gelassen haben. Angeblich. Jedoch können diese Menschen, diese dicken Gewinn im Bärenmarkt erneut investieren und die anderen Anleger haben halt immer noch die gleiche Coin- oder Tokenanzahl wie früher. Wohl bemerkt die neuen Gefahren im neuen Bärenmarkt in Kauf genommen, wie als auch die neuen Black Swan Events. Also wir merken in der Theorie, hört sich alles immer so leicht an. Aber wenn es um Erspartes geht, welches sich viele hart erarbeitet haben, dann ist dieses Gefühlskarussell am Markt wirklich schwer. Und genauso wie viele Menschen sonst im Leben nicht diszipliniert und strukturiert an Sachen rangehen, gibt es das auch am Kryptomarkt. Jedoch können am Markt nicht alle gewinnen, sondern nur die emotionslosen, strukturierten Menschen. Das Geniale, die Struktur bringt teilweise die Emotionslosigkeit mit sich. Einfach mal drauf los und mal sehen, was passiert, kann man von mir aus gerne beim Kochen machen oder in Herzensangelegenheiten. Aber am Markt hat das Herz absolut nichts zu suchen. Struktur reinbringen und so mit Angst und Geh umgehen. Im Bärenmarkt stetig weiter einkaufen und im Bullrun einfach mal keine perfekten Gewinne akzeptieren und stückweise abwerfen. Sowohl stückweise einkaufen, wie als auch abwerfen kann man sehr günstig, sicher und vor allem EU-reguliert auf meiner Partnerbörse BitWavo. Über meinen Link gibt es 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit. Like und Abo nicht vergessen. Bis demnächst, euer Big Daddy.